Ich vertrete hier die Helga-Stöter-Stiftung. Mein Name ist Ulrike von Sobbel. Die Helga-Stöter-Stiftung setzt sich ein für Frauen in Führungspositionen. Also unser Fokus ist, dass mehr Frauen in der Wirtschaft und auch in gesellschaftlichen Unternehmen, Organisationen, Verbänden in die Führung vordringen. Das ist unser Fokus und wir verleihen einen Preis zusammen mit der Handelskammer Hamburg, mit dem wir Unternehmen auszeichnen, Hamburger Unternehmen, die sich besonders für Mixed Leadership eingesetzt haben. Wir sind die einzige Stiftung, die sich ausschließlich mit Frauen in Führungspositionen bzw. dem Thema, wie kriegt man Frauen in die Führung, beschäftigt. Und wir können dazu sicher interessante Impulse geben.